Ich schwöre, ich bin in einem Fiebertraum. So oder ähnliches könnte man das beschreiben. Scott Cobain, Mark Forster, Shiaku, Full Circle Moment, schwarzer Toyota, Newcomer Support ist da. Deswegen gehen wir direkt in den Song rein. Bro, wer hatte das gedacht? Wer hatte vor einigen Jahren noch gedacht, dass Mark Forster hoffentlich einen coolen Part kickt. Ja, wir gehen rein. Oh, Mark, es geht schon. Schwarzer Toyota, Gucci, Polo, Rosa. Sie will nur auf Raves, doch ich tanze nicht zu Goa. Manni Pullover, der ist nicht vom Flohmarkt. Sie will mit uns hängen, deshalb steht sie nach der Showdown. Einer Mama guckt Mumma, die schafft dich auf den Sofa. Du fährst mit Dubai Exit zur Arena in Hannover. Ohne Neuro. Ey, mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, ja, komm, wir sind jetzt, wir sind hier unter uns, ja, wer hätte gedacht, dass Mark Forster cool ist, ja, wer hätte gedacht, dass Mark Forster mal was cool, einen coolen Song droppen kann, ja, ich meine jetzt nicht, dass er nicht cool ist als Person, so, aber so, er war ja schon eher Teil eines anderen Genres, ne, sag ich mal so, und er ist jetzt, sagen wir mal, für den Song ist er jetzt erstmal Gast bei uns, und wir lassen ihn, wie man es so mit Gästen macht, ne, man heißt sich willkommen, bietet ihn was zu essen an, einen Tee, und guckt, ob sie sich benehmen können, aber bis jetzt auf jeden Fall tough. Oh, okay, Mark Abi mit seinem Part, okay, fangen wir mal vor an. Oh, ist das nicht, ist das nicht der von, ähm, Late Night Berlin? Ich hab seinen Namen vergessen, aber ich glaube, das ist der, oder? Kann nichts dafür, dass mich deine große Schwester liebt, es ist nicht krass, wenn du in der wie schwarzer Toyota, gut. Ist das nicht, ist das nicht, äh, Dings, äh, Stefanie Giesinger? Miriam Tripplen. Ich hab keine Ahnung von Stars außerhalb vom Deutschrap-Bereich, aber ist das die nicht? Ich glaube, es ist die, oder? Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Mani Pullover, der ist nicht vom Flohmarkt, sie will mit uns hängen, deshalb steht sie nach der Show da. Ich bin neu in dieser Branche, bekomme ein... Auch so irre, dass Agu da einfach mit drauf ist, ne? Eine Chance, danke Skirt Cobain, dass du auch Newcomer-Support hast. Mag war kurz... Ey, wirklich, big, big, man muss, guck mal, da mach ich kurz Vollbild dafür, ja. Big, big, big Shoutout an Skirt Cobain, dass er seine Plattform nutzt und, äh, so kleinen Künstlern wie, äh, Si Agu und Mark Forster eine Plattform bietet. Ja, wirklich, big, big, big Shoutout. Muss man auch wirklich, muss man auch wirklich ernsthaft sagen, so. Mein Gegner, doch das war ein Fehler. Skirt und ich sind Spieler, so ist er Forster, unser Trainer. Hab mir Asset grad besorgt, bei Espa müssen noch. Ich spiele ich live, entsteht ein Hexenkessel dort. Von wegen, es geht ab, wenn du Lamas performst. Von wegen geht es ab, so wie pfadet im Forst. Schwarzer Toyota, gut... Bro, und ihr hört auf zu sagen, Agu hat keine Lines, bro. Agu hat crazy Lines. Diese Förster-Line gerade eben, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr die gecheckt habt, ja. Von wegen geht es ab, so wie pfadet im Forst. Von wegen geht das ab, ja, von wegen... Schwarzer Toyota, Gucci, Polo, Rosa, sieh will nur auf Raves, doch ich tanze. Ich tanze nicht zu koan. Mani Pullover, der ist nicht vom Flohmarkt, sie will mit uns hängen, deshalb steht sie nach der Show da. Krasser Song auf jeden Fall. Big, big Shoutout. Alle Beteiligten. Einfach funny. Ich weiß nicht... Ist das... Obster? Einfach... Cameo. Ey. Bro, das ist ein Fiebertraum. Ich sag euch, wie es ist. Das war ein mieser Fiebertraum. Was sagt ihr zu dem Song, ja? Was sagt ihr vor allem zu Mark Forsters Part? Der war hart. Ich schon, der war hart. Scott Cobain, Bubba Song. Shoutout an alle, ey. Shoutout an Toyota, ja. Was sagt ihr zu dem Song? Schreibt es in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich küss eure Herzen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Pa.